Ja, Udo Zemutta, Kapitän, herzlich willkommen zum Radargespräch. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob Leute dich kennen, das ist schon eine Weile her, als du hier noch mitgefahren bist, so ein paar einleitende Worte. Du hast geschrieben oder du sagst von dir, dass Seefahrt ist für dich schon immer ein Kinderwunsch gewesen und mit 16 Jahren bist du direkt zur DDR Seerederei auf dem Lehr- und Ausbildungsschiff, so Georg Büchner, warst dort mehrere Jahre Vollmatrose entdeckt von Stückgutschiffen der DDR mit Reisen nach Asien, später ein Studium gemacht für Seefahrt in Wustrau und Warnemünde und ab Mitte der 80er Jahre das Kapitänzpatent dann abgelegt und auf weltweite Fahrt gegangen. Du warst Nautiker auf Stückgut- und Containerschiffen nach der Wende, wieder wechselst zur Tankerfahrt, bewegt das Leben soweit und auf Schiffen so groß wie Fußballfelder, sodass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Hast dich dann aber später für die Familie entschieden und ein bisschen gegen die weite große Seefahrt und es kam irgendwie ein Kontakt zur Stubnitz zustande, deswegen bist du auch heute hier. Du konntest deinen Beruf weiter als Hobby ausleben und Einblicke in kulturelle Bereiche gewinnen, die du vorher vielleicht noch nicht so kanntest. Beruflich ging es für dich in den öffentlichen Dienst, bist dann weiter für die Schifffahrt, machst Digitalisierung der Navigation und du warst eben hier für einige Fahrten, für viele Fahrten direkt Kapitän, kennst dich so ein bisschen mit Kultur dadurch auch aus, aber eben auch mit dem ganzen System. Wir haben vorher vor dem Gespräch eine ganze Reihe hier auf der Brücke abgefilmt und mit dir uns erklären lassen, was hier eigentlich los ist mit Kreiselkompass, Radar und so weiter und so fort. Ja, sag mal, so ein altes Schiff, das du hier befähigt hast, auch schon so, was macht denn da der Reiz aus, da noch am Start zu sein und nicht irgendwie mit einer gemütlichen großen Limousine ganz cheesy zu fahren so? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich, weil mein Herz natürlich so ein bisschen an der Stubnitz auch hängt. Wenn man so ein Wegbegleiter gewesen ist ein paar Jahre lang, dann freut man sich natürlich, wenn man hier, wenn man sich an einen erinnert und dann sagt, also man konnte hier noch ein bisschen was erzählen über die Stubnitz und über die Zeit gemeinsam mit der Stubnitz. Das freut mich natürlich. Ja, den Reiz, wie will man das am besten erklären? Wenn man jetzt, sag ich mal, Berufskraftfahrer ist und ein modernes Auto hat, ne, mit allen Equipment, was da in so einem modernen Auto drin ist, ne, mit den ganzen Komfortgeschichten und hat dann mal die Gelegenheit, also ist gerne mit dem Auto unterwegs gewesen oder ist gerne mit dem Auto unterwegs und hat dann die Gelegenheit mit so einem richtigen Oldtimer mal zu fahren. Ohne diese Zeitung. Ja, genau. Wo man noch zwischenkuppeln muss und Zwischengas und dann, ne, ohne Lenkhilfe und solche Dinge. Und aber so ein richtig altes Teil, was eben auch Charme und Charakter hat, äh, das ist die Stubnitz. Ja. Das ist die Stubnitz. Und, ähm, viele dieser Einrichtungen hier, viele Ausrüstung kenne ich aus den Anfangsjahren meiner Seefahrtsvita. Ne, ne, also viele Dinge sind mir da von damals noch am besten bekannt. Insofern hat man so einen gewissen Déjà-vu-Effekt, der, ähm, hier da ist. Insofern, ähm, war das so ein bisschen back to the roots auch, ne, ne, dass man also so navigatorisch gefordert ist, auch schiffsführungsmäßig gefordert ist, äh, Dinge gemacht hat, die man früher als Nautiker kennengelernt hat, sicherlich nicht also junger Nautiker noch, äh, in den Anfangsjahren. Und wann war das so ungefähr bei dir dann, die Nautiker? Also, ähm, 85 war ich mit dem Studium fertig, ne, also wo ich das Patent gemacht habe, dann muss man ja, um das Patent auszufahren, zwei Jahre Fahrzeit nachweisen, äh, so, um dann im Prinzip dann später mal als Erstoffizierkapitän eingesetzt zu werden, ähm, so muss man sich das vorstellen, also, ähm, ja, so, das ist so der Background, ne. Ja, ja. Und wie kam es denn überhaupt dazu, dass du wirklich hier zum Schiff zur Stubnitz kamst, so, ich mein, da war ja der Bruch eigentlich da für Familie, ja. Zwillinge bekommen und so weiter und dann war plötzlich die Stubnitz da, wo kam der Kontakt her oder was ist da passiert? Also, ich war in Rostock, bin in Rostock, oder bin in Rostock auch noch mit der Kulturszene ziemlich nah dran, allerdings in einer anderen Form der Kultur, ne, äh, und, äh, als ich dann aus der Seefahrt ausgestiegen hatte, das Glück hatte, also hier beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, dort im Bereich der, äh, äh, Digitalisierung von Seekarten, äh, mitwirken zu können, äh, äh, dann, äh, im Prinzip über die Kulturszene Kontakt zu, wo die Stubnitz bekommen habe und, ähm, dort, äh, plötzlich mit einem alten Schiff konfrontiert war, auf dem was ganz Interessantes stattfände, wo man also so als normaler Nautiker niemals irgendwie so diesen direkten Kontakt bekommen hätte. Diese, äh, no Mainstream, no Mainstream-Kulturszene war mir völlig unbekannt und das war hochspannend, muss ich sagen. Also, ich habe hier so ein paar Sachen, äh, mitbekommen können, die, also, die mir teilweise als Nautiker, sozusagen, äh, in die Gänsehaut, die mir, äh, nicht, weil es so interessant war, sondern weil ich aus, äh, äh, schiffstechnischer, äh, Sicherheitstechniker-Geschichten, wo ich gedacht habe, mein Gott, das ist sowas, also, aber ging alles, ging alles, also, schöne Sachen erlebt hier mit der Stubnitz, ähm, der Anspruch war natürlich, weil eben die Umbauten, die also aufgrund der Kultur hier gemacht wurden, das Schiff in seiner, äh, Manövrierfähigkeit ein bisschen beeinträchtigt haben, ne, also in den ersten Jahren, äh, mittlerweile wurden ja verschiedene Sachen nachgerüstet, die, also, dass wir wahrscheinlich das Handling mit dem Schiff wieder etwas einfacher gemacht haben, aber so in den ersten Jahren, wo ich das, den Kontakt zur Stubnis hatte, da muss ich sagen, das war schon sehr anspruchsvoll. Also, nur mal ein Beispiel, ähm, wenn man an- oder ablegen wollte, achtern, ne, äh, normalerweise hat man in achtern die sogenannte Chorlein-Winde, also eine ganz große, äh, äh, Windeneinrichtung, die auch zum Festmachen benutzt worden ist, also, da waren, wurden Laien mit gehändelt, und, äh, also Laien, die raus und an die Poller gehen, so. Genau, ja, um das Schiff festzubinden, sozusagen, ne, und, ähm, äh, und diese Chorlein-Winde ist leider, äh, äh, einer Bar zum Opfer gefallen, weil, also, man hatte achtern, sozusagen, also ein Heck des Schiffes, keine Möglichkeit mehr, die Leinen durchzuholen, und musste dazu das Ladegeschirr benutzen, ne, das war also mit vielen Umlenkrollen und sehr, sehr, also, wirklich eine sehr tricky Geschichte, also, da, äh, wo man sagen muss, um das Schiff, man hat dann eben versucht, mit, äh, mit navigatorischen Sachen, also, gegenzuarbeiten, die Hauptmaschine dafür zu verwenden, in die, äh, in die Vorspringen, also, in die Querleine, äh, die nach vorne gebracht wurden, ja, hineinzufahren, um das Schiff dann mit dem Heck heranzuholen, und dann gegenzudrücken, und dann wurde per Hand durchgeholt, und, also, ja. Auch eine aufwendige Geschichte, so, ne? Ja, ja, also, wirklich tricky, also, so old-fashioned-Style, ne, heutzutage, die großen Schiffe, die haben, die sind also bestens ausgerüstet für, äh, für, äh, Manövrierfähigkeit, die haben sogenannte Querstrahlruder, das sind also, ähm, das sind also, äh, Propeller, die also quer zur Schiffsrichtung eingebaut sind, die das Schiff an die Pier drücken, wo man das Schiff auf der, auf der Stelle drehen kann, und so, solche, solche komfortablen Dinge gibt es natürlich auf dem Schiff, was 1963 gebaut wurde und das nicht, ja. Und, äh, das macht natürlich den Reiz aus, ne? Also, es ist schon auch ein bisschen Adrenalin bei, mit hier, äh, mitzufahren. Unbedingt. Ja. Ähm, wenn wir gerade dabei sind, bei welchen Fahrten, wir hatten es im Vorfeld ein bisschen gehabt, mal so, du warst auf jeden Fall in Rotterdam dabei, in Newcastle warst du, äh, Rostock sowieso, äh, viele Fahrten an- und ablegen, was heißt das eigentlich mit einer, also hier diese, gerade diese gemischte Crew, hier sind Menschen, die, äh, maritim gebildet sind, äh, teilweise unterwegs, aber eben auch ein paar Vögel aus der kulturellen Ecke, die halt dann irgendwann so angelernt werden, auch mal einen Safety-Schein machen oder so, aber wie ist es mit so einer Crew zu arbeiten, die so gemischt aufgestellt ist, mit so viel bunten, verschiedenen Leuten? Die Frage hat mir tatsächlich, also, ein ehemaliger Kollege gestellt, den mir erzählt habe, dass ich hier, was ich da getrieben habe oder so, der sagte, ey, geht das überhaupt, ne? Also, ähm, da habe ich nur gesagt, also, du kannst dir nicht vorstellen, also, die sind tatsächlich, also, die Crew der Stoppnis sind, also, super motiviert, also, nirgendwo hast du, also, äh, so motivierte, äh, Leute, die also unbedingt machen wollen und darin genau lag immer so ein bisschen das Problem, weil die natürlich sozusagen über die Manöverstationen und ähnliches herumgestolpert sind, wo man eben sagen muss, äh, dass man ihnen so ein bisschen Input geben musste, äh, um dann eben dort, also, auch Sicherheitsmedien, damit keiner zu Schaden kommt, ne? Hast du auch gleich einen pädagogischen Auftrag nebenbei, so, ne? Ja, 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 den hast du als Nautiker, so und so, ne? Also, da hat, äh, das ist ganz klar, das kennt jeder aus, äh, der mal zur See gefahren ist, mal, die Ausbildung gehört zum Beruf genauso dazu wie alles andere und, äh, das, ähm, das ergibt sich von alleine, also, insofern, klar, aber hier war es eben noch was Besonderes, weil eben, wie du schon sagst, eben so eine kultur, äh, affinen Menschen, die also hier, äh, jetzt plötzlich Seemänner waren und mussten und die, äh, Anforderungen erfüllen mussten, um das Schiff von A nach B zu bringen, ähm, das war natürlich schon eine besondere Herausforderung. Allerdings muss man sagen, dass also mit dem Laufe der Jahre die, die Erfahrung, der Erfahrungsschatz immer besser wurde, dass hier die, äh, das Know-how der Besatzung immer, immer weiter anstieg und es sogar gelungen ist, über die Jahre hinaus richtig, äh, Schiffsmechaniker-Ausbildung mehr oder weniger oder die Wachbefähigung auf dem Schiff, äh, genehmigt zu bekommen, also per Antrag und Bestätigung, ob das eben, ähm, ähm, das Schiff zu steuern, gehört ja auch ein bisschen Erfahrung dazu, ne, oder Wache zu gehen, äh, das Schiff festzumachen, also dort die, 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 die Handlungen beim Festmachen, das, das Handeln mit den schweren Laien und, äh, alles, was dazugehört, ähm, da hat es einige von der Crew geschafft, eben dort eine vollwertige Wachbefähigung zu erhalten und hat sich somit auch einen, ein zweites Standbein erarbeitet, äh, um, wenn gewünscht, also auch Einsatz auf allen Schiffen weltweit, äh, machen zu können. Ja. Ja. Ja, also, das ist auch spannend eigentlich so, ja. Ja, ja, also aus der Kulturszene auf, auf die Schifffahrt sozusagen. Ja, auch so teilweise doppelte QuereinsteigerInnen dann, dann so, ja. 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 Ja, also, also, es ist schon, es ist schon, es ist, logischerweise ist schon ein Unterschied. Erstens ist es so, dass das Schiff natürlich immer möglichst in, äh, in das, in den Herzen der einzelnen Kulturstätten, äh, gebracht werden muss. Das heißt also, du bist also, du musst mit dem Schiff in, äh, ich sag mal, in, äh, Hafengebiete hineinfahren, die aufgrund ihrer, ihres Wasser, also die, 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 den möglichen Tiefgang und Ähnliches begrenzt sind. Das heißt, du musst also in die letzten Löcher rein mit der Stubnitz, äh, und das ist teilweise schon schwierig, ne, das ist also dort, äh, die Stadtzentren oder Kulturstätten, dass du nah herankommst. Also, die Liegeplätze waren teilweise sehr anspruchsvoll. Hinzu kommt, äh, dass eben auch teilweise sehr, sehr, äh, äh, sich sehr Dinge ergeben haben, die also teilweise sehr gewöhnungsbedürftig waren. Ich will mal ein Beispiel bringen. Ja. Ja. Also, als wir nach Newcastle, als Newcastle, äh, europäische Kulturhauptstadt war, sind, waren wir ja in Newcastle eingeladen. Wir fahren also faktisch diesen Fluss nach Newcastle hoch, also diesen Fluss Tyne. Und in Newcastle gibt es eine spezielle Brücke, man nennt dieses Millennium Eye. Vielleicht habe ich schon mal von gehört. Das ist also faktisch eine Brücke, die öffnet sich wie so ein Augenlied. Ne, also. Für die Durchfahrt des Schiffes. Ja, ja, genau. Weil wir wollten ja genau, sozusagen, zum Stadtzentrum. Ne, ja. Ne, ne, gegenüber diesem Kulturzentrum, was dort existierte. Also, die haben ja sehr aufwendige Oper, ganz modern und ist egal. Jedenfalls, durch dieses Millennium Eye mussten wir durch. Dadurch, die Stubnis hat natürlich eine gewisse Höhe mit den Masten. Diese, diese Höhe ist in den Unterlagen des Schiffes dokumentiert. Als Kapitän musst du das wissen und musst du das kennen. Und wenn der Lotse an Bord kommt, dann sagst du ihm, welche lichte Höhe, sagt man dazu, ne, zu erwarten ist. Das rechnest du aus mit dem Tiefgang. Dann weißt du ganz genau, ob du da durchkommst oder nicht. Ja. Als wir dort näher ran fuhren, wurde der Betreiber des Schiffes oder der Chef, Urs Blase, ganz unruhig. Ich sage, Urs, was hast du da für ein Problem? Na ja, hm, ich weiß nicht genau, ob wir da durchkommen. Ich sage, ja, wieso? Wir haben da oben bestimmt noch fünf Meter Platz. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, hm, wir haben da oben so eine Konstruktion drauf gemacht. Da ist eine Kamera drauf, um das zu dokumentieren. Ich weiß nicht genau, wie hoch das jetzt ist. Und, oh, wenn wir da dagegen kommen, das gibt ja nur Ärger. Mir wurde heiß und kalt. Jetzt vertickern wir dem Lotsen. Also, die Information, die wir gegeben haben, kann nicht ganz stimmen. Ja, dann haben wir dem Lotsen das erklärt. Der Eigenleiter hatte zum Glück Humor und auch ein Herz für die Stubnitz. Und, ja, und dann ist einer hochgegangen und hat geguckt, ob wir da durchpassen. Und es passte alles super. Also, man hat optisch geschaut, ob das passt. Ja, ja, genau, weil es ja nicht genau klar war, ob diese Kamera-Konstellation da oben hoch zum Dokumentieren der Überfahrt und so war das da. Ja. Ja. Und das passte ganz gut. Also, das ist nochmal so eine kleine Story, auf was man sich alles einlassen will, wenn man auf Stubnitz gebucht hat. Ja. Wir haben jetzt ja, keine Ahnung, wenn man nachschaut, 2013, das letzte Mal unterwegs gewesen. Es ist 20 und 21. Da sind vorher ein bisschen die technischen Geräte durch. Du hast dich auch mal wieder ein bisschen erkundigt. Kann man, also, macht das noch Sinn? Wird das nochmal Sinn machen, alles nochmal zu bewegen hier und den Einsatzzweck des Schiffes weiter zu verwenden als eine mobile Plattform, anstatt einfach immer nur an der Kaikante zu liegen? Ja, also, ich muss dazu sagen, überlegen wir mal, was hier von Aufwand betrieben wird. Mit wie viel Engagement, Ehrenamt und wie viel Idealismus hier gearbeitet wird, um dieses Schiff fahrtfähig zu halten. Man darf ja nicht vergessen, die Stubnitz ist vollfahrtfähig, also wie ein normales Frachtschiff. Du könntest theoretisch weltweit mit dem Schiff unterwegs sein. Und all diese Arbeit soll umsonst sein? Also, das macht nicht keinen Sinn. Und das wäre schade einfach, wenn das so wäre. Und deswegen hat diesen besonderen Charme diese Symbiose aus Kulturbotschafter, Kulturbotschafter Deutschlands, muss man sagen, auf so einem alten Schiff und dem historischen Schiffskörper und dem historischen Ambiente, also des Schiffes. Diese Symbiose ist einzigartig. Ich möchte es behaupten, weltweit einzigartig, in dieser Art und Weise. Und nichts liegt näher, als wenn das Schiff fahren kann, es auch fahren zu lassen. Also, ein Schiff muss fahren. Wenn es nur liegt, ist es schade. Und natürlich, kann ich ohne Einschränkung mit Ja beantworten. Dafür ist es da. Das ist das Besondere. Und auch dem alten Stahltross hier noch zuzutrauen, dass das funktioniert bei Wind und Wetter. Das Schiff ist 1963 in der DDR gebaut. Solideren Schiffbau gibt es auf der ganzen Welt nicht. Also, die Stubbe, sie kann ruhig noch ein paar Jahre fahren. Aber da irgendwie ein Problem ist. Und wie gesagt, ihr seid ja gerade dabei, die auch rund zu erneuern. Also, technisch wird sie auch auf Stand gebracht. Gerade das, was auch an Korrosionsmaßnahmen überall gemacht wird. Das ist ja ein Riesenaufwand. Und die Früchte dieses Aufwandes ist natürlich, das Schiff fahrtfähig zu bringen. Das ist halt immer generell so. Seit ich jetzt auch hierbei bin, der finanzielle und energetische Aufwand, der hier gepowert werden muss, irgendwie gestemmt werden muss, ist halt relativ immens. Und dadurch auch eine langfristige Planbarkeit oftmals schwierig. Aber, ja, wie du, ich denke, auch wie du das jetzt gerade schon meintest, so der Aufwand, der hier reingedrückt wird, muss ja irgendwo auch wieder dann sich, also Energie bleibt ja eigentlich erhalten, sagt man. Also, hoffentlich. Genau, auch nochmal zurück wegen dieser Nummer von teilweise wirklich unerfahrenen Amateurinnen und Amateuren, die da hier auf dem Schiff mit dabei waren. Hast du da sonst was, außer dass quasi so eine Übermotivation dann teilweise auch schwierig war? Wie hast du das sonst von diesem Schmelztiegel dann hier so mitbekommen? Oh ja, also ein schönes Beispiel war, also da lag das Schiff noch in Hamburg an den Landungsbrücken. Wir wollten irgendwie eine Überfahrt machen. Ich weiß nicht mehr, welche Reise das gewesen ist. Da habe ich gedacht, na, fährst du, weil wir wollten frühzeitig los, fährst du einen Abend vorher hin, dass du dann noch ein bisschen zur Ruhe kommst und so weiter und so fort. Und, ja, ich kam dann an Bord, da war hier noch voll Party. Da war hier noch, also da brannte hier noch die Luft auf der Stubnitz. Und da dachte ich, oh Gott, wie kriegst du die Leute alle von Bord? Weil um acht war der Lotse bestellt, aber da war um sechs früh war noch der volle Sound im ganzen Schiff. Und die Leute auch da. Und da bin ich wirklich tatsächlich in der Uniform angezogen und bin dann durch die Gänge gegangen und habe die Leute von Bord gedrängelt, damit wir um acht pünktlich fahren konnten. Kam das gut an, oder? Ja, also, Partyvolk früh um sechs. Erzähl dir mal, die müssen jetzt nach Hause gehen. Das habt ihr bestimmt in vielen Couleur schon auch erlebt. Ja, das ist auch woanders sicher auch ähnlich. Wenn die sich mal eingekratzt haben, dann sind die da mit dabei hier auf jeden Fall. Auch sonst von den Fahrten her, du hast jetzt erzählt, Newcastle war das Problem, dass die Höhe so ein Ding war. Ansonsten stellt man sich das auch teilweise so entspannt vor, wenn man unterwegs ist? Oder ist das eigentlich schon immer, da musst du immer auf Zack sein. Du musst immer gucken, dass hier alles läuft. Weil du auch nie weißt, wann fällt irgendein Teil aus? Was ist in der Maschine unten? Also, das ist tatsächlich so. Außerdem, was du vorhin schon gesagt hast, versucht man immer, die Stubnitz vor zusätzlichen Kosten zu bewahren. Das heißt, man versucht, ohne Lotsen zu fahren, also in den Möglichkeiten, die man hatte, dass man dann alle Möglichkeiten ausreizt, dass man eben versucht, ohne Schlepper loszuhören. Wenn man ein Schlepper, 2.000, 3.000 US-Dollar oder 2.000, 3.000 Euro ist überhaupt kein Kostenfaktor in der Schifffahrt. Aber für die Stubnitz ist es eben eine echte Belastung, solche Kosten. Und das sind alles so Dinge, wo man eben nautisch, navigatorisch versuchte, den Verein zu unterstützen, indem man eben viele Dinge gemacht hat, die man eben dann alleine mit den eingeschränkten navigatorischen Möglichkeiten und Manövriermöglichkeiten, die eben hier vorhanden sind, dann alleine hinzubekommen. Und das war schon ein besonderer Anspruch und da war man auch immer sehr angespannt, weil natürlich immer, die Stubnitz ist zum Beispiel sehr windanfällig, weil die ganzen Maschinen, die sonst das Schiff auf Tiefgang gelegt haben, die sind alle ausgebaut worden. Das heißt, das Schiff ist sehr leicht geworden. Also du meinst gerade, als das Schiff zum Kulturschip umgebaut wurde, wurden ja x-Tonnen Stahl einfach rausgeballert. Echt. Und Stages reingebaut und Floors und eben für die Kultur so. Aber das wiegt ja alles nichts. Ja, genau. Und das heißt, das Schiff ist sozusagen ins Gatt gefallen. Das heißt also, das Schiff hat sich nach hinten bewegt. Und hinten vorne hat es drei Meter Tiefgang und hinten fünf Meter fünfzig oder so oder sechs Meter. Das heißt, die Manövrierfähigkeit oder die Beweglichkeit des Schiffes ist auch immer ziemlich sehr sensibel. Und das Problem, was eben ist, durch die große Windangriffsfläche und eben diese Gattlage, die das Schiff hat, wenn dann irgendwo ein Lüftchen kam oder Wind kam, war das Schiff eben sehr, sehr windanfällig. Das war immer eine Anspannung, die also sehr belastend war. Natürlich musste man auch zusehen, dass also auch wenn man irgendwo wenden musste, hier gerade auf der Elbe, wenn man dann Elbe auswärts unterwegs war, dass man also auf der Elbe dann auch das Schiff drehen konnte und so, möglichst ohne Schlepper. Also das sind alles solche Dinge, die also dann auch Anspannung gebracht haben. Ja. Ja, ja. Und dann natürlich, was auch anspannend war, war natürlich auch, dass man auch die Crew dann von dem Aufliegerstatus, also es war ja nicht immer nautisches Personal oder Seepersonal an Bord, dass man diesen Aufliegerstatus dann umschalten muss in diesen Seestatus, also in diesen Fahrtstatus. Das ändert sich ja, der Stromkreislauf teilweise oder es wird ja sehr viel umgeschalten einfach. Ja, auch die Einstellungen der Leute, die an Bord sind, die mussten sich dann den bestimmten sicherheitstechnischen Sachen unterwerfen. Also ich sage mal so, also normalerweise ist einer raucht, geht über Deck und wirft seine Zigarette runter, macht die aus und lässt die liegen. Ja. Das ist ein absolutes No-Go in der Schifffahrt. Ja. Das geht nicht. Aber wenn einer das, was weiß ich, drei Monate lang gemacht hat und will jetzt losfahren, dem das beizubiegen, dass es jetzt ein hohes Sicherheitsrisiko auf See ist, weil da dort Wind ist und die Kippe dann eben irgendwo reingeweht werden kann und es ein Brand entstehen kann oder wie auch immer, irgendwelches Szenario und das den Leuten beizubringen oder dass man mit ihnen eine Sicherheitsübung macht, die vorgeschrieben ist, wenn man ausläuft, dass man sie erstmal darauf einstellt, dass man also jetzt in einer Fahrtsituation ist, die also völlig anders ist. Du musst es ja auch im Kopf einfach so umschalten. Genau. Das war immer ein Prozess. Jeder war motiviert, hat sich bemüht, also habe ich ja schon gesagt. Ja. Aber den Schalter erstmal umzulegen, das war am Anfang immer auch eine spannende Form. Ja. Auch gerade was von wegen Schalter umlegen, ich denke auch, oder das, was ich so mitbekomme, in der Nacherzählung auch so, wenn man ein bisschen nachschaut. Gerade jetzt hier, gut, es ist Corona, geht sowieso nichts, aber normalerweise hast du hier einen Veranstaltungsbetrieb, der dadurch funktioniert, dass wir noch eine Seegenehmigung haben, überhaupt erst, dass Leute an Bord kommen können. Allein dazu brauchst du ja schon den rechtlichen Rahmen, dass das funktioniert. Und wenn ich mir dann vorstelle, auch Hafenstädte, irgendwie, keine Ahnung, Kopenhagen, Amsterdam, wo auch immer, die dann gar nicht wissen, wer kommt da, was ist das für ein Ding, was machen die denn da, dass man dann auch wo anlegen kann, wo jetzt nicht irgendwelche Sicherheitszonen von, wie zum Beispiel hier von der HPA auch gibt und dort erklären, mit den Behörden alles zu regeln, dass man dort ankommen kann. Hast du da was mitbekommen, wie das, was das für ein Papierkrieg ist, mit wie vielen Leuten man dort wie kommunizieren muss, bis das Ding erstmal losfahren kann und auch an der Stelle anlegen kann? Ja, also, ich sag mal, 7-Eleven war ja auch ein großes Problem für die Stubnitz gewesen, weil dort diese ganzen Anti-Terror, die ganzen Anti-Terror-Regulations... Meinst du 9-Eleven, oder? 9-Eleven, ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Also, diese ganzen Regulations haben sich ja auf Bestimmungen der Schifffahrt niedergeschlagen. Also, es gibt also, man muss bestimmte Tickets haben, es gibt diese Security-Zonen, es gibt den Schipps-Security-Officer, Port-Security-Officer und all diese ganzen Maßnahmen, die um dieses Thema herum ist, darauf musste sich die Stubnitz auch einstellen, das war also auch kompliziert und war auch anspruchsvoll, aber das ist eben auch immer durch die Crew auch gelöst worden. Also, wir haben als nautischer Staff eben immer auch versucht, das irgendwie zu begleiten oder mitzumachen. Ich weiß, dass ich dann eben noch diese ganzen Lehrgänge mit abgelegt habe als Schip-Security-Officer oder Port-Security-Officers, wo man dann irgendwelche Lehrgänge oder Sachen, um das eben zu unterstützen halten. Wobei, das heißt dann auch, dass Crew-Leute von hier irgendwo ihre Unterschrift drauf gesetzt hatten und gesagt, alles klar, ich habe dafür gesorgt, dass das den Standard... Nein, nein, das waren richtige Lehrgänge und das waren richtige Zertifizierungen, die also dann von den Schiffsbehörden gefordert waren. Also, die Stubnitz hat dann ein großes Problem, dass also auch viele Hafenbereiche auch gesperrt sind, wo die Stubnitz dann auch nicht hin und keine Veranstaltungen machen kann. Also, diese Bereiche der Offenheit sind ja immer geringer geworden. Das ist ja auch hier in Hamburg ja so. Also, gerade was HPA oder wie viele IPS-Bereiche es gibt, die nicht zugänglich sind für normalsterbliche Menschen, ist ja in anderen Hafenstädten auch ähnlich gelagert. Weltweit, weltweit natürlich. Und das ist natürlich für Stubnitz auch ein Problem gewesen und ist es ja immer noch. Also, solche Dinge muss man eben halt dann beachten. Der glückliche Umständ war natürlich, dass man also dann immer in Bereiche reine, die nicht die kommerzielle Schifffahrt betraf, also dass man also hier versucht hat, was ich vorhin schon erzählt habe, in die Nähe der City zu fahren, in Kopenhagen zum Beispiel, direkt in der Nähe des Marktplatzes. Wenn man dann runtergegangen ist, hat man die Stubnitz schon gesehen. Also, das sind dann Bereiche gewesen, die noch offen gewesen sind. Also, das ist dann schon. Aber es ist natürlich kompliziert. Wobei ich sagen muss, dass also die Partnerstädte, egal ob das in Newcastle oder ob das Amsterdam war oder Rotterdam oder egal, wo wir überall waren, Riga oder Stettin zum Beispiel oder so, dass die Partnerstädte also sehr offen gegenüber der Stubnitz sich verhalten haben. Also, Schwierigkeiten hat die Stubnitz, glaube ich, eher selten gehabt. Also, es gab in den Anfangjahren, gab es mal ein paar Probleme in Stockholm und dann in der Folge auch mal in Kopenhagen, die also aus dieser Konstellation, örtlichen Konstellation heraus entstanden waren. Aber insgesamt, muss ich sagen, sind diese Länder eigentlich gegenüber der Stubnitz, also, wie sagen wir mal, wohlwollend, willkommen, willkommen mäßig, also immer selten, dass wir da irgendwelche Probleme hatten oder so. Also, wie gesagt, es gab mal in Stockholm mal so einen Vorfall, wo die Stubnitz reingeraten ist, was ihr noch viele, viele Jahre nachgehangen hat. Aber ansonsten kann ich das eigentlich nicht sagen. Genau, du bist das letzte Mal 2007 dabei gewesen. Ja, ist schon ein bisschen her. Genau, ja. Man ist ja noch weitergefahren. Jetzt ist auch gerade die Lage, was du beschreibst, also ich denke auch, dass man wirklich in die Innenstadt hier reinkommt, wie du sagst, von Kopenhagen, Marktplatz runter rein. Teilweise ist ja selbst hier auch so ein Ding. Ich meine, hier wohnen Leute auf dem Hamburger Berg, so eigentlich nicht weit weg, so Altona, St. Pauli und so weiter, was da so alles als quasi auch wohl viel Kultur stattfindet. Und man hat schon auch den Eindruck, dass die Harpen City, so als eher kühleres, neues, auch ein bisschen teureres Pflaster, nicht direkt einlädt, dass viele Leute hier so einfach nur vorbeilaufen und reinkommen und so weiter, so wie das in anderen Läden läuft, sondern dass man hier direkt anreisen muss mit U-Bahn, Bus oder Fahrrad oder sonst was. Und das ist auch, also das ist auch hier schon erleben wir das heute noch als ein bisschen Hindernis, dass wenn du nicht direkt drin bist, dort, wo das andere ist, dann bist du schon irgendwo so ein bisschen offshore und wenn du dann noch so, wie hast du das vorher gesagt, so eine No-Mainstream-Culture teilweise machst, dann ist natürlich auch die Zielgruppe wieder ein kleiner, die das dann interessiert und so. Also auch da kann ich so von heute auch sagen, es ist immer noch ein schwieriges Unterfangen teilweise so. Allerdings muss ich sagen, dazu einschränkt, dass was ja vielleicht die Hamburger auch, die jetzt hier, was weiß ich, sich eine teure Eigentumswohnung gekauft haben, direkt gegenüber oder so, die das vielleicht ein bisschen anders sehen würden oder so. Also ich glaube, die Sichtweise wird sich verändern. Wenn jetzt also gerade hier in diesem Gebiet, was jetzt sehr im Umbruch sich befindet, wo sehr viel gebaut wird, wenn hier mal diese Flaniermeile ist und dann so ein altes historisches Schiff, das muss ja nicht unbedingt diese Kulturgeschichte sein, also davon kriegt man ja außen eigentlich wenig mit, sag ich mal so. Naja, schon, wenn er jetzt sehr groß ist, aber ich meine insgesamt so. Klar ist es immer, aber ich glaube, dass die Hamburger mit solchen Dingen toleranter umgehen insgesamt, als vielleicht das irgendwo anders wäre. Also ich weiß, dass es in Rostock kompliziert war für die Stubnis, eine umfassende Lobby zu bekommen. Ich glaube, die Hamburger haben da eher ein Herz für so eine Besonderheit. Die können das, das ist eigentlich auch ein Effekt der Großstadt. Das ist wie Berlin oder Leipzig oder, also die großen Städte, die sind offener für solche Geschichten. Und ich glaube, Hamburg ist da sicherlich, es ist sehr traditionell, was sich mit Schifffahrt befindet. Das ist sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, wenn man dann auch ein paar Jahre weiterdenkt, dann in diesem Kontext, dieses hypermoderne Baugebiet und dieses alte Schiff und dann vielleicht noch eine schöne Flaniermeile da, so ähnlich wie bei, ja, keine Ahnung, wer weiß, wer hier noch auch so hingelegt wird. Vielleicht liegt dann, was weiß ich, dahinter kommt dann vielleicht noch großes Segelschiff, historisches, was dann, keine Ahnung, also was dann auch hier noch sozusagen die Skyline verbessert und da würde sich die Stubnis dann ganz anders einordnen. Aber jetzt liegt ja hier alleine mehr oder weniger, die ganze Museumsgeschichte, die findet woanders statt. Also insofern ist es jetzt so noch ein bisschen, seid ihr noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, also mit ein bisschen Glück oder so wird sich das ändern können. Und allgemein, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du schon auch so, also hier diese Sache von Cultural Transport, was wir hier betrieben hat, siehst du immer noch als ein zukunftstaugliches, als eine zukunftstaugliche Möglichkeit, die wir hier mit dem alten 63er-Schiff machen kann. Ja, ja, also es wäre einfach schade, diese Besonderheit, die die Stubnitz darstellt, jetzt einfach nur hier lokal zu belassen, wenn man die Möglichkeit hat, sie als Kulturbotschafter hinaus zu bringen. Das ist natürlich mit einem riesen Aufwand. Jeder, der mit der Schifffahrt verbunden ist, der weiß, so ein Schiff, was er ewig biegt, das ist erstmal sehr, sehr teuer und jeder weiß, was dazu gehört, so ein Schiff in Fahrt zu bringen. Das ist sehr aufwendig und es wird auch nicht jedem verständlich sein, diesen riesen Aufwand zu machen, um Kultur zu transportieren. Und auch welche Kulturen, was machst du denn da wirklich? Genau, also lass das Schiff doch da liegen und gut, sei froh, dass ihr da diesen Liegeplatz gekriegt habt. Jetzt wollt ihr auch noch fahren, also erstmal. Also da muss man ehrlich sagen, also da, das ist eben einfach so gut, wenn du jetzt den Mainstream bedienst, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen, dann hast du es wahrscheinlich einfacher. Das ist sowas, aber wenn du eben eine Kulturnische bedienst, die eben auch speziell ist, um es mal so zu sagen, dann ist es auch schwierig. Aber ich glaube, so die Schwierigkeiten habt ihr bis jetzt ja ganz gut, oder die Stubnitz ja ganz gut bis jetzt in ihrem Live bewältigt und in der Zukunft liegt eigentlich auch eine große Chance. Ich wünsche es mir sehr. Also ich würde es auch, der Stubnitz gerne mit auf den Weg geben, dass es also auch hier noch wieder Möglichkeiten gibt, eben als Kulturbotschafter. Es muss ja nicht unbedingt Übersee sein, aber in Europa war sie gut aufgehoben. Überall. Und man darf auch nicht vergessen, also in Rostock habe ich immer mal versucht, so mal den Blick zu öffnen. Ich sage, das Volkstheater in Rostock, das kennt vielleicht noch jemand in Schwerin. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere Hamburger, da bin ich aber schon arg im Zweifel. Ich bin schon raus quasi. Ich habe keine Ahnung, aber ich komme auch im Süden. Ja. Aber die Stubnitz, die Stubnitz kennt man sogar in New York. Sagt man so, ne? Ja. Und das ist der Unterschied. Ja. Ja, ich denke, das war das perfekte Schlusswort für dieses Gespräch hier. Udo Zemutter, ich danke dir, dass du heute hier warst, auch dass wir vorher die ganze Session gemacht haben mit den vielen nautischen Geräten hier. Ja, gerne. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke schön für die Einladung. Gerne.